Die Schiete fressen. Das ist normal für die Hunde. Ich kann dir auch sagen, warum man die Katzen scheißen. Weil die Kitties, das Futter, die verdauen nicht alles. Und in der Schiete sind noch Nährstoffe drin. Und deswegen fressen sie. Das macht jeder normal. Am verrücktesten sind Hunde nach Hühner und Enten scheißen. Ich hatte mal das Amt-Märchen gelesen gehabt, wenn Hunde Katzen scheiße frisst.